H. L. E. Z. Gut, halten Sie sich bitte das andere Auge zu. H. L. Aber Sie schummeln doch, Signor. Lässt du mich jetzt lesen oder soll ich vielleicht gehen? Es stimmt, ich bin nicht mehr jung, aber Goethe hat den Faust mit 81 Jahren geschrieben. Und Abraham empfing den Ruf Gottes mit 75. Mein Name ist Jakob Kaplan. Was habe ich Denkwürdiges getan? Ist die Welt besser geworden, dank mir? Mir geht's gut. In dieser Woche hat eine französische Zeitung über die Existenz eines mutmaßlichen Nazis, der unter falscher Identität in Südamerika lebt, berichtet. Ist die Welt dank mir besser geworden? Inwiefern war meine Existenz nützlich? Wo soll's hingehen dann, Herr Koro? Fahr einfach los, ja? Ich erklär's dir später. Ja, ich leeeeeeer! Ich habe den Verdacht, dass dieser Alte ein Nazi ist. Zauberes Vorstrafenregister. Zaubern ein. Reingewaschen. Aber keine Sorge, Wilson. Wir werden schon die Zeit finden, um es zu beschmutzen. Sagen Sie, weiß hier so ein Isak etwas über diesen vertraulichen Fall? Das ist eine geheime Mission. Wenn die Leute herausfinden, dass wir ihn entführen und nach Israel bringen, geht die ganze Operation den Bach runter. Entführen? Wir sollen ihn entführen. Wir sollen... Is this in your report? Susan Sharp, der Deutsch hat eine Tochter. 220 für alles, 50 für Strasen und wenn dein Papa zuschaut, 50 mehr. Alles fügt sich zusammen. Sie kennen Senior Beckenberg. Au! Ey! Ihren Führerschein... Sie mischen sich hier gerade in eine überaus wichtige internationale Operation ein. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus, Herr Polizist. Wenn sich etwas bewegt wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente, klingt wie eine Ente, was ist das? Das ist eine Falle, oder?